und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde minecraft im ultimate christlich so wir haben eine basic akazia und dark oak ist relativ cool eigentlich finde ich weil das holz auch richtig geil ist deswegen ich glaube ich baue da umbelastet mit dark oak machen jetzt macht er natürlich normales ok der hat keine mehr drin das gut raus so so kommst du mit dark oak da rein da dauert natürlich ein bisschen bis der gewachsen ist und er kann richtig riesig werden die bäume wenn die vier mal vier sind aber jetzt muss das eigentlich durch hämmern genau er schickt ja nämlich direkt hier durch bei auch das schweißen wir dann auch gut noch da rein zeppelix haben wir noch ein paar sehr gut passt wir haben 19 und 11 kohle das passt da wird er auch immer schneller mit der zeit sehr gut so ich wollte einen tiny potato machen dann muss man eine fruchtende potato in den mann abruf schmeißen da können wir eine quest für gut und wie sieht es aus hier ja danke hey na just be friends sauber so haben wir die quest auch fertig haben wir schon wieder alles abgeschlossen bei magic plants sehr gut was haben wir für eine eine basic schon wieder wow wow ich freue mich und wie hier ganz weit schmeißen aber ich weiß es nicht egal keine potato die hängen wir doch einfach mal die irgendwo dahin so die wackeln bisschen rum zwischendurch so da war noch silber dann genau das können wir auch mal durchbraten und wir können dann auch mal jeder gold wir können euch mal einfach mal durch hämmern hier damit wir davon auch mal was haben so power of the nature die ruhen noch die sind aber richtig teuer noch mit der zeit das spectator mana steel arm und dafür haben wir im leben nicht genug sachen die schere haben wir mal nach stil sachen sind geil klar weil die mana benutzen blatten magic können wir auch weitermachen langsam tier 2 alter da müssen wir nur mehr runen machen problem hierbei ist natürlich wir haben nichts womit wir im endeffekt die runen fertig machen können so wir haben nichts an monstern oder so da da ist das problem eigentlich so hier wo unser lindens hat weiß ich was wir brauchten für acht stück brauchen wir 16 so ich habe dran passt für einen auf jeden fall ja wir müssen eine lichter schon hier sieben stück brauchen wir noch als 14 brauchen wir insgesamt von diesen slates von mir definitiv zu wenig haben wir mal sieben problem ist wir mit dem essen ist das ein riesen problem hier ich weiß es gibt auch irgendwann irgendwas ich glaube bei bienen oder so da gibt es was macht das weiß ich hundertprozentig sogar problem ist wie macht man diesen apple pie apple pie pumpkin pie da zucker und ei sogar sogar haben wir da brauchen nur noch ein paar eier da können wir uns ein bisschen pumpkin pie machen den haben wir auch noch nicht gehabt zum essen das ist ja eigentlich nicht das problem eier haben wir sollten wir haben haben wir sogar noch ein paar eier mit und dann machen wir ein bisschen so noch mal ein bisschen pumpkin pie die frage ist ich glaube die pumpkin haben wir schon fertig gehabt ja ja auch eier haben wir jetzt auch noch gut vier stücken machen und das eine gut weg und zwei wie borgs sehr toll chicken jerky und quarter of hearts kommt hier rein und wir haben nämlich ein quarter auf vater dass wir können das jetzt zusammen kraften und haben so viel zu leben so wir brauchen dort brauchen wir jetzt dafür pumpkin eier und zucker wir haben 19 pumpkins so viel will ich aber gar nicht machen ich mache erst mal acht so oder so oder so und so und das ist unser pumpkin pie so haben wir die quest mich auffällig so claim sehr schön aber das auch da müssen wir auch noch weitermachen hier die ganzen sachen okay wir haben eine greater big sogar cool aber nicht schlecht aber der ist geil auf jeden fall weil weil adai natürlich auch nur so hölle ist oder in der hölle ist sagen wir so so einmal voll essen bitte danke wir gehen aber wieder unten zu unserem blatt magic altar und immer schauen dass wir noch ein paar slates kriegen unser mana ist am laufen hier sollten wir jetzt aber schon 2200 da drin das heißt wir können sogar zwei slides machen so dauert alles mal ein bisschen weil hier ist das problem natürlich nicht wie bei uns geist dass man sich eine monster fahren da drum bauen kann könnte man theoretisch schon aber es ist nicht so einfach wie bei uns gar ist weil wir spawnen nicht immer was dann weil monster spawnen natürlich da wo sie können und das heißt ja nicht dass hier unbedingt monster spawnen so da kann man den nächsten reintun jetzt aber schon zwei da ist wir haben schon neun dann haben wir zehn aber noch vier passt doch vier stück dann nur noch da kommen wir langsam echt zum tier 2 alter und ich bin aber überlegen ob wir wirklich ob wir uns nicht tatsächlich eine monster form da bauen sollen einfach so eine kleine und einfach mal schauen wird passiert das problem ist nur da müssen wir richtig viel material entführt haben die wir momentan nicht haben leider weil das mit dem dark oak wächst einmal aber wie sieht es aus alleine können die auch wachsen ich meine ja also bin ich mal sowas ziemlich sicher dass sie auch alleine stehen wachsen können nicht nur zu viert wenn die nur zu viert wachsen wäre schlecht toll da ist aber das ist ja noch ein oak sapling ach ne der zeigt er glaube ich nur an als oak ich gucke mal ob ich noch ein bisschen bauen medium warum fliegen habe da ist noch eins bauens drin vielleicht vielleicht sieht nicht so aus also wir noch wochen hätten also ich sehe keine ich könnte so dass sie wieder blick sein wie immer aber ich glaube nicht so dann machen wir dann eine bauens drin oder auch mal gucken ob er wächst wenn nicht dann müssen wir abwarten eine wächst natürlich nicht wie immer gut wenn es ist dunkel dunkel draußen heißt über schlafzeit entschuldigung ja ich bin immer noch ein bisschen erkältet wollte ich auch noch sagen das ist die falsche folge hat sie erledigt nicht schlimm aber ich kann es trotzdem erwähnen ich hoffe ihr habt es mitgekriegt warum vorgestern kein video kam ich hoffe ihr habt das mitgekriegt wieso und weshalb das hat einfach den grund weil mein kopf nicht funktioniert hat entweder konnte er wieder infiniti ging nicht weil ich nicht auf dem server kam weil diese authentifikation server oder authentication server platt waren heißt ich konnte die ganze zeit nicht am server des weiteren ging eigentlich gar nichts muss ich ehrlich sagen also es ging mal es ging normal normales mein kopf ging bei mir nicht sowie auch die die zusatz sachen hier die ging alle nicht ich weiß nicht warum kann ich nicht sagen warum die nicht ging aber ehrlich es ging gar nichts bei mir also jetzt mir nach wenn wenn das ein bisschen doof war oder ihr euch gewundert habe warum nichts kommt hat einfach nur den grund gehabt komm dann geh an die seite du komm her du kackfie danke hat einfach nur den grund dass einfach nichts bei mir funktioniert hat es hat nichts damit zu tun gehabt dass ich keine lust hat oder sonst irgendwas ich hatte gestern lang genug ausprobiert und es hat nicht funktioniert und dann habe ich ihn aufgegeben irgendwann abends habe ich dann gesagt ne freunde dann also ich tue mir jetzt die an hier die ganze zeit um zu hocken und versuchte wie so ein bekloppten das mein kopf funktioniert dann habe ich es eingelassen ich denke mal das ist verständlich und ich hoffe nur ich verstehe jetzt was ich damit sagen möchte ich hoffe es auf jeden fall so im endex kommen so lange hier rein ist die frage sind dort da unten die 423 kann ich sein 342 dort kann auch nicht sein okay da sind die nicht ich weiß natürlich jetzt nicht ruhig sie aber da habe ich sie glaube ich hingelegten potatoes kommt hin ja das kommt hin und sugarcane genau und ansonsten die hatte ich ja noch nicht also potatoes können weg so können dann erstmal wieder wachsen da sind sie potato einmal potato zweimal so und so habe ich und dann wollen die sugarcane ist auch noch so sugarcane dort waren die 67 66 66 passt so tschuldigung tschuldigung es tut mir leid es tut mir leid es tut mir so leid ich hasse ich hasse es wirklich erkältet zu sein wenn es warm ist draußen vor allen dingen ich hasse es ich hasse es aber wir machen dazu mache nix würde ich sagen so wir müssen unbedingt gucken wie wir die anderen kreuzungen alle neuen kriegen von den ganzen sie würde brauchen muss ehrlich sagen weil ich weiß es selber noch nicht wie wir das hinkriegen so da kommen die ganzen pflanzen ein melonen sind auch schon fällig guck mal mandrakes ist auch fällig dann nehmen wir auch mal mit belladonna können wir jetzt auch bald zusammen pflanzen problem ist jetzt wahrscheinlich nur werden die nicht mehr da rein kriegen natürlich nicht brauchen wir auch gar nicht weil die wochen um identifizieren und pflanzen so danke so melonis weg da so viel vier drei beide so dann noch die dort wenn du extra weg war klar dass du wieder einer sporn kommen hau ab gesündel wo noch nur einer planning herrlich hier was soll mit mit dem capture aber egal brauchen wir sowieso die mandrakes noch sagen wir es oder es war gespült der possession momentلا nav vivir bildet dann können wir die wegnehmen so schauen wir mal unsere kiste ist ein bisschen voll würde ich sagen sie pumpkin fehlen noch genau pumpkin fehlt noch und die fehlen noch was haben wir alles du 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 melo donner passen jetzt auch nicht mehr da rein ich zu viel sachen ist schon der hammer tschüss kack sieht's hier jetzt aus mit dem dark oak wächst er nicht oder wie sieht er aus ich glaube der wächst nicht kann sein problem ist natürlich irgendwann mal ab ich habe den ring an mein gott stimmt die kohle geht langsam flöten hier nehmen wir doch normales oak dann kein dark oak fällig so so außer du rein du rein nein du nicht dadurch doch habe ich da noch auch gut dann nicht aber egal auch wächst auf jeden fall schneller um einiges schneller als das so frage 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 weißt du was kommt immer weg jetzt auch nüsse so dark oak kommt hier oben rein so und die drei wie gesagt die brauchen wir noch das heißt hier ist hier zum beispiel auch sie ist drin da ist pumpkin das sehr gut kanterlob hat noch nicht gespürdet okay dann ist das so daran bin ich so nochmal sieben schon dann haben wir nur die pumpkins und für dich so du kannst du weg so und so und sind es noch so und so macht ich mal weg hier so und so haben wir eigentlich das ganze feld mal wieder hier gemacht ich falle toll so das feld haben wir auch mal wieder angeht angepflanzt vielleicht ist das auch gut so die restlichen können dann weg die sachen so kanterlob fehlt jetzt nur noch und ich würde sagen wie immer wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag an schönen abend wie auch immer wir sind uns beim nächsten mal bei einer runde minecraft immer ultimate quest pack schösingen